Hi, dann ist es heute nochmal ein Nahensmoothie und zwar macht mir ein Sesam-Smoothie mit Bananen, Kiwi, Hafeflocken, Chiasamen, Curry, bei Curry passt ja Sesam, der noch Ceylon sind und halt die berühmte Milch. Jetzt fangen wir mal an. So, jetzt machen wir die Bananen, so wie immer. Und von Kiwis, in zwei Stück, habe ich jetzt die Heft schon geschnitten, aber der Sonnkalkus habe ich keine Zeit mehr im Sport, im Kurs, im Stube hoch, mitschiefe auf laut, meinит列ерт in Christine. Ich warst mir mal, in mein Leben ist es gut. Und dann ein Pierser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ciao.